Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter von Wetter.net. Der November ist ja oftmals dafür bekannt, dass er schon erste winterliche Eskapaden bringt. Dieses Jahr, naja, da war es eher Mau mit Schnee bis ganz runter. In den Tallagen, da gab es noch keinen Wintereinbruch, ganz im Gegenteil, es ist sehr mild. Die Temperaturen liegen teilweise 4 Grad über den langjährigen Durchschnittswerten. Und auch heute, am Freitag, geht es sehr mild weiter. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad, dabei wird es hier am Oberrhein, aber auch in Berlin und Brandenburg am wärmsten. Das Wetter meist grau in grau, also typisches Novemberwetter. Nur hier in Teilen von Bayern, aber auch teilweise in Brandenburg, da kann die Sonne auch mal durchscheinen. Im Westen dagegen, da bleibt es stark bewölkt, teilweise bedeckt und zum Abend, da zieht auch hier im Saal noch Regen auf. In der kommenden Nacht, da kommt dieser Regen weiter voran Richtung Osten. Im Osten selbst und auch im Süden bleibt es weitgehend trocken. Hier lockern die Wolken stellenweise auf, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen, die gehen zurück auf Werte zwischen 9, 8 Grad hier am Nordosten bis zu 6 Grad hier im Süden. Bodenfrost gibt es nur in den seltensten Stellen. Die kommenden Tage, die bleiben insgesamt eher grau in grau. Am Samstag fällt vor allen Dingen im Westen etwas Regen, am Sonntag dreht sich das ganze Spiel um. Es gibt dann im Osten etwas mehr Regen und im Westen bleibt es weitgehend trocken. Ja und der Start der neue Woche wird vorübergehend freundlich werden. Ein Gemisch aus Sonne, Wolken und Hochnebel, ja und die Temperaturen, Sie sehen es selbst, die gehen etwas zurück von 14 Grad als Spitzenwerte am Samstag auf 12 Grad am Montag. Aber eine richtig kräftige Abkühlung ist das noch nicht. Und auch in der kommenden Woche geht es eher insgesamt zu mild weiter für die Jahreszeit. Und zum nächsten Wochenende, da könnte es sogar wieder richtig stürmisch und auch regnerisch werden. Mit diesen Aussichten, da wünsche ich Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende. Tschüss, bis nächste Woche.